Jetzt nochmal ganz schnell, ich habe da schon ein sehr ausführliches Video gemacht für das Gymnasium, um das alles herzuleiten, aber mal schnell, um eine Faustformel zu ermitteln. Hier diese Faustformel. Was mache ich, wenn eine ganz verrückte Basis dasteht? 4, Tralala oder sonst was. Ich mache das mal so, ich zeige es mal ganz schnell mit Hilfe von Zahlen. So, ginge so, Beispiel. Es steht da, es soll ermittelt werden, der Logarithmus von 4,1, zur Basis von 4,1 von 5 soll irgendwas sein, also x. Dann gibt es folgende Variante, aber ich will erst mal ganz schnell was zeigen, und zwar, es steht doch, ich hoffe darüber sind wir uns weiter einig, dass die Zahl bei der Schreibweise weiter oben als, ich nehme mal, diese Zahl, die Basis. Wenn das weiter oben steht, dann werde ich gleich was zeigen, was ganz einfach möglich ist zu rechnen. Aber bevor ich das mache, nee, ich mache es doch, ich mache es mal gleich. Und zwar, kann ich doch Folgendes sagen, ich kann das doch umformen, nochmal zur Exponentenschreibweise. Die Basis steht unten, also 4,1 hoch x, das ist der Logarithmus, soll 5 ergeben. Und jetzt mache ich es mal so wie beim Gleichunglösen, ganz stur, ich logarithmiere einfach. Und zwar, ich logarithmiere mit dem natürlichen Logarithmus, mit ln. Warum? Weil ln, ich könnte auch lg nehmen, weil ln und lg sind die Tasten, die haben wir auf unserem Taschenrechner. Das eine ist zur Basis 10 hier und das andere ist zur Basis von e. Was anderes kann der Taschenrechner nicht, denn die unmöglichsten Basen könnten auftreten und so hat man im Taschenrechner nur die Basis 10 und die Basis e eingegeben. Wir konnten uns beinahe eine von den beiden Tasten sparen. Also ich nehme jetzt mal ln, das gleiche könnte ich auch mit lg schreiben. Ich logarithmiere auf der nächsten Zeile, steht dann ln von 4,1 hoch x, bleibt einfach los, einfach ln davor schreiben, ist ln von 5. Gut, bis dahin schön. Was haben wir jetzt gekonnt? Hm, wir haben folgendes gekonnt, das x wandert nach vorne. Ich schreibe es mal richtig, x mal ln von 4,1 ist gleich ln von 5. Auf der rechten Seite ändert sich nichts. Aber, ich kann jetzt umformen und kann sagen, ich möchte, dass x alleine steht, das heißt, mich stört dieses mal ln 4 hier, das stört mich, also teile ich durch ln 4,1. ln 4,1 meinte ich. Dann steht auf der nächsten Zeile, x ist gleich ln 5 geteilt durch ln 4,1. So, und da hätten wir schon beinahe unsere Faustformel. Ich werde das gleich nochmal beweisen, dass das sogar mit ganz beliebigen Buchstaben, also mit Variablen geht. Wie sieht das hier also aus? Ich habe einfach nur logarithmiert, hier oben in der Zeile, wo ich in Exponentenschreibweise umgeformt habe. Und, jetzt gucken wir, da steht hier ln davor, vor diesem 4,1 auf x oder 5, und habe dann das x nach vorne geschrieben. Und da das ja heißt, x mal ln 4,1, habe ich geteilt durch ln 4,1, damit ich das x alleine stehen habe. Und damit kann ich schon rechnen. Und jetzt nochmal schnell gehighlighted, was da so schick steht. Und zwar, die 5, die steht weiter oben. Die wandert automatisch oben auf den Bruchstrich. Und die 4,1 wandert automatisch unten auf den Bruchstrich. Und so weiß ich auch, wie ich einzutippen habe. Ich tippe ein ln 5 und teile dann durch ln 4,1. So, das Ganze nochmal ganz schnell mit Buchstaben, damit man sieht, dass das auch wirklich funktioniert. Also, ich schreibe zum Beispiel, ich möchte den Logarithmus zur Basis unten von oben haben. Ich mache das ganz bewusst nochmal mit unten und oben. Das ist x. So, wenn ich das jetzt ganz, das Ganze nochmal hier umschreibe, dann steht hier eigentlich unten hoch x ist oben. Und jetzt mache ich das wieder mit dem ln, damit das hier gleich ist. Also steht hier auf beiden Seiten ln von u hoch x ist gleich ln von u. Nichts weiter passiert. Das x wandert auch hier nach vorne. Das klappt also genauso. Anders geschrieben. x mal ln u ist gleich ln u. Und jetzt ln u mal ln u stört mich, also teile ich durch ln u. Und jetzt steht hier x ist gleich ln u durch ln u. Und jetzt nochmal gehighlighted, worum es mir hier ging. Und zwar das oben hier, was weiter oben steht, das wandert dann bei der Berechnung meiner Faustformel, nämlich auch oben auf dem Buchstrich. Und ich muss gar nicht überlegen. Und das untere, was als Basis tiefer steht, das wandert nach unten. Ich kann mir also folgendes merken mit meiner Faustformel. Hier steht sie. Wenn ich einen Logarithmus berechnen soll, der eine verrückte Basis hat, die nicht irgendwie glatt ist und die man nicht im Kopf berechnen kann, kann ich den Taschenrechner nutzen, indem ich einfach sage, ich gucke mir diese Formel an, was steht unten, das schreibe ich unter dem Buchstrich, was steht oben, oben auf dem Buchstrich. Aber ich muss den entweder Zehner oder den natürlichen Logarithmus eintippen. Die könnte also auch heißen, Momentum, das gleiche hier, das, das kann ich auch nochmal anders schreiben. Und zwar, wenn ich nicht ln genommen hätte, sondern ich hätte das mit lg, also dem Zehner-Logarithmus gemacht, würde es ganz genauso funktionieren. lgo geteilt durch lgu. Das war es schon. Ich hoffe, euch hilft das und ihr kommt schneller bei der Berechnung von verschiedenen oder verrückten Basen, dann kommt ihr leichter zu Rande. Gut.